So Freunde, weiter geht's. Ich hoffe, dass wir diesmal bald Abby finden und dann können wir uns rächen. Diese Vendetta hat ein Ende. Okay. Alter, wie hässlich der Linke ist. Okay, wir können uns nicht heilen. Ja, die ballern jetzt noch ein bisschen. Ey, Alter, der tritt ihn in die Seite. Er hätte nett sein müssen. Ja, jetzt geht's los. Naja, wird schon ein bisschen angehittert, Mann. Ich glaub, das war's jetzt nur langsam. Ich glaub, wir sind am Ende. Ich glaub, dass sie eine Totin sei. Das ist sie doch, oder? Leute, ich hab' mal gedacht, dass das Abby ist. Das ist doch sie. Wer hustet denn da? Oh la la, der ist das sie. Es ist sie. Das 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 ist sie. Ja. Ja. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Es sind beide dieser Weg. Okay. Dann begleiten wir sie ein Stück. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ja, das ist schon mal gesehen. Und das ist jetzt echt blöd, Mann. Mann. Alle ernährt sich nur von Medi-Kids, Alter. Ja. Hm. I can't let you leave. Hm. I'm not doing this. No. I'm not gonna fight you. It's not a part of this. You made him a part of this. Okay. 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 Komm schon. Was ist jetzt vorbei? LOL Wenn das Salzwasser ist, Alter Macht die Bunde so Der ganze zählt mir schon zu was Ah, ist das Kind von der Lübe? Also, geht es hier aber Nein, wir nehmen ihn Nein, wir nehmen ihn So viel Arbeit wird dann kein Kill, Alter. Es kann sie zuhause nicht überleben. Hier hat jemand eine Wunde drin, ist geboxt worden, ein Tee dreht, ausgehungert. Die muss doch auf dem Weg, also auf dem Boot sterben, Mann. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, Mann. Oh, sie hat sogar zwei Finger verloren. Ja, wenn die jetzt zurückkehrt und sagt, hey, ich habe Dina dumm gebraucht, Dina wird sich denken, f*** dich doch. Also zumindest muss ich mir das an die nähere Stelle denken. Ich glaube, dass nicht mehr da ist. Die hat alle ihre Sachen genommen. Außer das hier. Und im dritten Jahr geht es darum, dass Abby sich rächen möchte. Wäre doch wichtig. Ne, sie müssen das Neues einfallen lassen. Wahrscheinlich neue Protagonisten. Ellie quasi der Mentor oder so etwas. Das ist so etwas, ne. Jetzt kommt das Lied. Das war's. Das war's. Hey. What are you drinking? Coffee. Hm. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst stoppen von Jesse über meine Patrollen verhörten. Er macht sie ja nur Sorgen, man. Dina. Sie ist deine Freundin? Nein. Not yet. Nein, das war nur eine Kiste. Das war nur ein Kiste. Sie hat nur... Ich weiß nicht, warum sie das hat. Aber du mag sie. Die sind in den Tief. Ich bin so dumm. Ich habe keine Ahnung, was die Mädchen ist. Aber ich weiß, dass sie so glücklich sein würde. Ich habe dich. Du bist so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin nicht so dumm. Ich habe mich in der Krankenhaus zu sterben. Ich habe mich nicht so dumm. Wichtig. Aber du hast das von mir gewonnen. Im Endeffekt ist das Leben wichtig. Wir wissen ja, ich kann sie nicht verlieren. Das wäre einfach so ein Sarah-Moment. Ja. Ich glaube nicht, dass ich dir das nie kann. Aber ich möchte versuchen. Okay. Joel ist ein guter. Okay. 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 Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oder ob es das jetzt war. Okay. 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 Und so geht sie dahin. Das war's mit Last of Us 2. Und das war auch das erste Let's Play für 2.24. Kann man das überspringen? Ich glaube nicht. Kommt da noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es war. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Kommentiert. Tschüss. Ja. Dann sehen wir uns einmal beim nächsten Projekt. Tschüss. 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 Tschüss.